Die Attraktion kommt! Schuss! Stefan! Was ist denn? Mir ist schon gut an der Sünde gewesen. Ich kann nicht schnell aussteigen. Ich halte die ganze Hunde geschossen. Ach doch! Ich halte die Riesse für eine Runde. Ich halte die Riesse für eine Runde. Dann lasse ich das Fenster wieder runter. Das ist der! Können wir ihn absagen? Ja. Können wir ihn abfahren? Kann man den Runden fahren? Kann man den Runden fahren? Ja, es hat Zeit. 22 kW Ladegrad. Dann kommt der Akku. Das ist der Volli hier. Dann setzt man ihn hier rein. Und zeigt, ich fahre weiter. Ja, das ist schon so. Durchschnittshaushalt. Drei Personen. Grüezi. 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 Gut. though. Vielen Dank.